Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Oh scheiße. Skyrim? Oh 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 oh. Das war schlecht. Das war schlecht. Den hätte ich treffen sollen. Der sucht mich jetzt auf vor allem den... Wo ist der hin? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier vorbei. Na? Da bist du. Schießkunst verbessert. Auf Level 28. Wie schön. So komm. Weg mit dir. Auge. Verzieh dich, Auge. Nein. Er hat mich gesehen. Oder? Es fehlt nur noch einer. Der müsste down sein. Nein. Hallo. Ah. Geht doch. Lässt mir nur einen Eisenpfeil übrig. Natürlich. Was für... Ah, ich dachte schon. Was für... Dank... Lose Kreaturen das doch sind. Na, hier haben wir nichts. Da haben wir nichts. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Tour. Ja, aufmachen und das Gold rausholen. Ich dachte, das wäre eine Kommode. Hier ist auch nichts drin. Hier sind kleine Heiltränke. Uhu. Das wird ein Endkampf. Das wird ein Endkampf, sage ich euch. Da ist irgendjemand, den ich auf gar keinen Fall in meinem Bettchen haben möchte. In meinem Bettchen. Willst du in mein Bettchen kommen? Zaubertrank, Diggering in Ostdauern. Äh, Käser kann ich jetzt nicht mitnehmen. Aber... Puh, wir haben ja hier ordentlich was. An Sachen. Muss ich ja sagen. Eisendolch brauchen wir nicht. Ich müsste mir mal... ein Stahlschwert oder sowas zulegen. Da geht es nicht weiter. Hier geht es weiter. Hüff. Nein. Ich wollte ihn damit schleichen. Denn... Das sieht böse aus. Hier soll doch irgendjemand sein. Da komme ich nicht vorbei. Boah. Oh mein Gott. Wow, nein. Hör auf. Boah. Verstammt nochmal. Habe ich mich erschrocken. Eisenfallgold. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Okay, weiter geht's. Was haben wir denn hier noch? Oh. Noch ein bisschen Beute natürlich. Kann auch nie genug geben. Trollschädel. Schädigtes Buch, ne. Brauchen wir alles nicht. Haben wir hier irgendwo noch Tränke oder sowas? Nein. Haben wir natürlich nicht dabei. Ah, super. Aber ich würde sagen, ich speichere hier nochmal kurz. Hallo? Ich kann nichts speichern. Was ist denn jetzt los? Kann ich beenden? Ich kann nichts machen. Ich habe... Nein, nein, nein. Ich möchte nicht laden. Ich möchte einen da drüber. Speichern. Ja. Wieso kann ich jetzt plötzlich da nichts... Wieso kann... Ich kann nichts mehr mit meiner Maus machen. Nein, 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 nein. Ja. Ja. Ich kann Morse-Zeichen versenden, aber nichts anderes. Okay, dann müsste ich euch jetzt kurz mal rauswerfen und das Problem mal kurz beheben. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich konnte zwischenzeitlich, also meine Maus komplett überhaupt nicht mehr benutzen. Was schon ziemlich komisch war. Aber ich konnte die auch im Windows nicht mehr benutzen. Ha! Treffer! Nein, 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 nein. Was ist denn mit dem jetzt passiert? Ja, wegstecken. Ich weiß es nicht. Der ist gegen das Pernending da oben gelaufen, was ich versucht habe abzuschießen. Gold-Kanat-Stein. Wow. Böse. Bisschen Gold in der Truhe. Ich bräuchte dringend den... ...Skill, dass ich keinen Druckplatten mehr auslösen kann. Na, nochmal. Achso. Das sind Statuen. Sehr sinnvoll, Statuen anzugreifen. Granatstein, Granatstein. Ich höre auch nichts. Eine Urne, die ich nicht benutzen kann. Aber man muss hier runter. Was ich eigentlich nicht möchte. Aber ich falle. Skelett. Nein, 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 nein. Alles bringt hier nichts. Ich muss noch weiter runter. Ganz weit runter. Ganz weit runter. Was passiert denn jetzt plötzlich? Okay, das macht irgendwie Angst. Wo ist dieses Horn? Ich möchte einfach nur das Horn und dann raus hier. Ich habe ein neues Wort der Macht gelernt. Und dann. Cool. Greift die Leere selbst und vernetzt ihn davon. Du kannst jeder Verletzte noch jemanden verletzen. Okay. Das ist ja schon mal was Nettes. Das ist ja schon mal was Nettes. Aber. Ah, da komme ich hoch. Huahaha. Ab. Weiter in die Richtung. In die mein Horn ist. Zaubertrank. Ist wieder schwere Rüstung. Schwere Rüstung will ich nicht. Behindert beim Schleichen. Ich muss jetzt hier einmal rumlaufen. Komm. Weiter geht's. Einmal kurz speichern. Denn ich komme ja nicht mehr zurück. Sehr dumm. War eigentlich dumm. Und einmal Silber schürfen. Ja, wenn wir schon die Gelegenheit bekommen, dann muss ich die auch nutzen. Sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Komm, gib mir dein Silber. Perfekt. Jetzt hat er... Boah. Erschreck mich doch nicht. Ich bin ein Idiot. Es geht einfach durch den Wasserfall. Gib mir dein Gold. So. Alles Chaos. Super. Und wie komme ich jetzt an das Horn da dran? Bin ich jetzt vielleicht falsch gelaufen oder was? Oder wie? Oder wo? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wo bin ich jetzt denn falsch gelaufen? Kann ich die Karte ansehen? Aha. Wir müssen jetzt geradeaus... Warte mal nochmal die Karte, bitte. Müssten geradeaus, um dann dahin zu gelangen. Wenn wir jetzt zum Wasserfall gehen, würden wir davon weg holen. Komm, lauf etwas. Haben ja schon alle besiegt. Was ist denn jetzt los? Wieso lauf ich so komisch? Müssten wir da hoch, oder? Warte mal, habe ich irgendwelche... Nein. Ich habe keine Effekte auf mir drauf. Jetzt laufen wir wieder normaler. Warte mal. Nö. Verdammte... Kacke. Kommen wir vielleicht hier weiter? Ich bin von da oben gekommen, ja. Wir kommen wahrscheinlich hier weiter. Aber ich habe gesehen, auf meiner Uhr haben wir wieder mal eine Viertelstunde rum. Das bedeutet, wir hören jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.